Hi Leute, es geht doch schon los mit der Wildenfahrt. Bei mir auf meinem Account natürlich wieder Clash Royaleute. Ja, das wäre dann jetzt gerade nicht so gut. Ich gehe mal lieber auf der Treppe durch, wenn ich das besser. Okay Leute, ähm, ja, ich würde in diesem Video gerne Arena 11 kommen, wenn es klappt. Das wäre dann schon mal gut. Ja, also was nicht so gut wäre, wenn ich dann noch niedrige Trophäen kriegen würde. Ja, und, ähm, ja Leute, Likes, war so gut. Also, hier, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Ich habe den Kopf auf den Kopf gemacht. Ja, die Nachttächtse kann ich schon verbessern, aber ich glaube, da muss ich nicht mehr aufstehen. Ja, ich kann mich verbessern, aber ich will es selber nicht. Ich hoffe, wir werden den gewinnen. Auf jeden Fall respektvollen Mitspieler und deswegen mache ich das Video. Ich bin ein bisschen. Ich bin ein bisschen. Ich bin ein bisschen. Oh, das ist so cool. Ich bin ein bisschen. Ich bin ein bisschen. Ich bin ein bisschen. Das war's für heute. ich habe ich noch was auf jeden fall das kann ja nicht sein das ist keine schlechte Sachen aber ja jetzt hab ich halt meine Lateinmorde nicht ja, nein, du bist ja jetzt hab ich meine Lateinmorde nicht also das ist ein Bild ja jetzt mach das für mich ich weiß, das geht mir doch mal oh, ich hab meine Lateinmorde das gibt ja nicht Vielen Dank. 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 Vielen Dank.